So, jetzt habe ich keine Kobolds mehr. Hast du noch Kobolds? Ja, perfekt. Jetzt mal eine Frage, wie machen wir denn die Wand hier, die Wand, die aus Erde ist, wie machen wir die jetzt? Aus Koppel oder aus Holz? Aus Koppel? Ja. Gut, dann macht ihr noch aus Koppel. In der Zeit baue ich nochmal Haufen weiße Truhen. So, jetzt haben wir vier, zwei Doppelkästen. Oh. So, jetzt haben wir vier Doppelkästen. Aber ich verballer jetzt einfach unser ganzes Holz. I need some Kobolds. Ich habe keine Kobolds mehr. Hier sind aber noch welche. Ah, fuck. Egal. So, ich habe jetzt 13. Ah. Es muss jetzt sein. Ich will 14. So, perfekt. Sind die schon fertig? Was ist fertig? Dinger hier. Oh, das sieht gaut aus. Also, ähm... Alle, die genauso aussehen wie die, wo ich gerade vorne stehe, sie sind fertig. Und du auch. Aber die etwas gründlicher sind, sie sind nicht fertig. Und immer dran denken, immer so gebückt gehen. Mach du das mal. Ne, ich mach jetzt hier die Kisten hier unten weg. Warte mal, wenn ich jetzt hier... Eins, zwei, frei. Oh, das passt sogar. Wie geil ist das denn? Abgeschätzt. Abgeschätzt. So. Lassen wir da frei. Was war das denn? Was war ich? Ah. Ich will noch mal überlegen. Ich stelle mich mal gerade... Ach so, wenn ich jetzt mich auf Offline stelle, dann können wir ja nicht mehr telefonieren. Warte, ich schreibe da jetzt... Ich schreibe da mal ganz kurz, dass ich jetzt nicht kann. Wem denn? Der Vanessa. Ach, Nessi. Ich hoffe, die schreibe jetzt nicht okay. Wetten wir, die schreibe okay? Soll ich mich in Ruhe lassen? Ne. Doch, soll sie. Kann sie aber nicht. Soll sie aber... Wow. So. Lassen wir da frei. Machen wir hier wieder eins, zwei. Und eins, zwei. Ach so, wir wollten ja noch den Eingang hin machen. Oder ne, lassen wir es. Lassen wir es so. Das lassen wir jetzt so. Was wollten wir hier noch hinbauen? Türen, aber das ist ja scheiße jetzt. Irgendwie schon. Ja. Ja. Ich finde es auch irgendwie stylisch hier mit der Decke. Sieht irgendwie gut aus. Lassen wir es einfach so. Ja, lassen wir. So, wir brauchen wir jetzt erstmal die ganzen... Warte mal. Wir haben... Ah, Wolle haben wir. Brauchen wir Wolle für? Quatsch. Warte. Was willst du denn machen? Ich mache jetzt ein paar Schilder. Haben wir keine... Oh ne, wir haben keines... Hast du noch Sticks? Jo. Dann gib mir die mal bitte. Hallo. Ich habe sie rausgeworfen. Ne, du hast sie wieder aufgehoben. Danke. Frisst erst mal was. Ja. So. Ich friss auch noch weiter. Ohne mal, wir hatten jetzt sieben Kisten. Ja, sieben Kisten. Soll ich nochmal so so Dingsblöcke machen? Was denn? So Dingsblöcke. Du meinst Pricks? Ja. Oh, mir ist gerade eingefallen. Nein, wir hätten lieber das Dach mit Pricks gemacht. Pricks sieht richtig geil aus. Hallo? Danke. Aber egal, das sieht auch geil aus. Mindestens haben wir... Haben wir unser Haus ein bisschen symmetrisch gebaut. Was? Ein bisschen so? Symmetrisch. Why? So, hier haben wir jetzt, ähm, Erde. Koppel. Koppel. Ähm. Äh. Achso. Warte mal. Machen wir jetzt hier nochmal Holz hin. Da kann ich hier schon mal die Erde reintun. Ja. Ähm. Eine nächste Truhe. Ich hätte ja noch so eine einzelne Truhe. Warte dann. Ja, dann machen wir die hier. Ne, sieht dann auch scheiße aus. Hä? Hey. Achso. Habe ich vorhin gerade verwirrt. Werkzeug. Egal, dann machen wir jetzt hier einfach. Werk. Zeug. Ähm. Wo bist denn du? Unten. Oh. Da hast du mit einem S geschrieben. Schäm dich. Oh. So. Ähm. So, und die anderen, die sind jetzt erstmal noch unbesetzt. Dann können wir nämlich jetzt die ganzen Sachen von der oberen Kiste alle hier mal runterholen, Jana. Mhm. So, Erde, Erde. Da haben wir noch Bricks. Hier haben wir Kabel. Und das kommt auch, also zu Kabel, in der, zu Kiste Kabel kommt auch, ähm, wie zum Beispiel, also einfach die Treppen oder diese Stone Bricks oder auch ganz normales Oh, jetzt habe ich gerade den Knopf gedrückt. Was hast du gedrückt? Ich habe gerade den Knopf gedrückt, wo das, wo mein Mikro ausgeht. Mhm. Auch schlau. Mhm. Hier ist noch Erde. Ich habe noch ganz viel Erde. Ja, dann tun wir da rein. So, Erde, Erde, Erde. Dann haben wir, warte mal ganz kurz. Holz. So. Kabel kommt hier hin. Da, da, da. ich hab hier noch Klaas machen wir da ein Klaas mit Werkzeugen kann ich auch noch was tun warte mal wir müssen da schon ein bisschen sortieren gell Jana Alter haben wir so